Ah! Joe! Joe! Hey, Joe! Joe, sag doch was! Joe, nun sag doch was! Joe, ich hätte dich wirklich nicht dazu drängen sollen. Joe! Joe, ich hätte auf dich hören sollen. Ich sag, es passiert nicht und dann passiert's doch. Er hat doch nur eins gewollt, und das war Fischen gehen. Ist das denn schon zu viel? Er hat nichts Falsches getan. Er ist doch... Er ist ein guter Junge. Ich weiß, ein echt guter Junge. Der Beste. Er wird von allen geliebt. Bitte, er darf nicht... Joe, Joe, du darfst... Hey, Lars, ich seh den Plan wieder vor mir. Nach Snickersons Propellerbootsverleih geht's links, rechts, links, links, rechts, links. Der Schatz liegt ein Stück hinter Kanal Nummer drei. Vielen Dank.